So Gamer Freunde, bevor das Video startet, wie letztes Mal, ganz oben in der Videobeschreibung kommt ihr zu seinem Kanal. Ich verlinke den Kanäle anstatt das Gameplay oder beziehungsweise ich werde beides verlinken. Ich vergesse das irgendwie immer wieder am Anfang schon zu sagen. Ja, da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Was geht Gamer Freunde und willkommen zu einer Reaction Runde. Heute reagieren wir mal auf die G-Stars Black Ops 2 Live auf Raid. Ganz schön altes Video, aber ich habe mir gedacht, hey komm, wir reagieren mal auf ein paar Kollegen von mir, von früher. Aber jo, dann starten wir mit dem ältesten Video, was sie haben. Da würde ich sagen, viel Spaß. Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten... Achso, ja Leute, ich höre selber das Rauschen im Hintergrund vom Video. Nimmt es jetzt nicht so übel, also... Ich glaube, das ist halt wegen damals, die Aufnahmequalität war halt nicht die beste. Also es ist nicht schlimm, ne? Wir gönnen es uns trotzdem. Video und wir fangen direkt mit einem Live-Kommentary an, in Black Ops 2. Und ja, von uns G-Stars. Wir zwei am Start. Ich hoffe, es gefällt euch. Also eigentlich hatten wir ja vor, dass hier Naruto, Ultimate Ninja Storm 3, Let's Play, aber da jetzt in ein paar Wochen, ich glaube 2 oder so, das neue Naruto rauskommt, dachten wir, egal. Wir lassen das einfach und Let's Play, dann halt das neue Naruto. Also Naruto Revolution. Was krass geil ist denn da eigentlich los. Hey, hast du dir mal eigentlich bezockt? Ich fand die eigentlich scheiße mit dieses Versiegel in der Wachen und so. Ja, ich finde auch Revelation war echt scheiße, Digga. Was heißt scheiße? Es war halt nicht das, was man sich erwartet hat, ne, damals. Und ja, ich muss grinsen oder so ein bisschen lachen, weil ja, Bruder, jetzt, ihr kennt das ja selbst, wenn man halt auf Freunde oder sowas reagiert oder Videos von Freunden sieht, dass man halt so ein bisschen grinsen bekommt. Vor allem, wenn man halt so altes Video davon sieht, ne. Das Ding ist, in dem Game würde ich gerne so gut sein wie mein kleiner Bruder. Oder der war echt ein Monster an dem Game. Man muss auch sagen, damals war es echt eine legendäre Zeit, ne. Ey, wer verbrecht mich da, manche Wichser? Die ist das und so. Die ist das und so, Mannache. Oh, mein Gott, Alter. Das Ding ist, in dem Game war immer halt mein kleiner Bruder der bessere von beiden. Auf jeden Fall, er war auch der Beste von uns allen. Ähm, und damit ist ein Kalka-Naruto-Spieler und sowas, ne. Und da hat sich das so ein bisschen ausgegleicht. Hier hat der eine besser gespielt, dort hat der andere besser gespielt. Da hat es ihre, äh, Unterschiede, ne. Da haben sie halt so einen Gleichstand gehabt, sagen wir mal so. Der eine ist dort gut, der andere ist hier gut. Ja, aber dann lassen wir das Video einfach laufen. Und dann, wenn es 20 Minuten ist oder so, teilen wir das dann. Und ich hab mir allgemein vorgenommen, ne. auf, äh, so gefühlt auf alle deren Videos zu reagieren. Und auch auf Pushkins Videos zu reagieren. Das hab ich zwar vergessen am Anfang schon zu sagen. Ja, ich vergesse das irgendwie immer. Ganz oben in der Videobeschreibung kommt ihr irgendwie, äh, kommt ihr auf jeden Fall auf deren Kanal. Da könnt ihr mal natürlich abchecken. Und ja, man sieht ja schon an der Grafik, dass das halt ein älteres Video ist. Deshalb ist die Tonqualität und sowas auch nicht die beste, ne. Und ich glaube, damals haben sie über die Playstation aufgenommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann sein, dass es auch über hier OBS war. Aber naja, bis jetzt, äh, Nostalgie pur, würde ich sagen. Äh, man erinnert sich schon an die alten Zeiten. Würde man gerne, gerne jetzt gerade selber zocken. Aber naja, gönnen wir uns lieber das Video. Das klappt echt mies, Mann. Ey, wie schlecht bist du? Yes, lapp! Ich muss hier nicht ziehen, ne, Digga. Da ist er, du f*** ich. Boah! Ich hab' den Feuer, das ist wirklich so ein, auch f*** ich. Achtung, egal, bis erster. Bei mir läuft noch Tisch, bin ich erst der Mann. Ich bin so ein Idiotis erster oder was? Wo gegeben, Digga, was? Das war eigentlich nicht so. Wir haben 10 verloren. Geh im Schliff los nicht, Alter. Machst du jetzt einen noch Fettkoll, oder was? Ja, 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 ja. Ja, es lacht voll, Mann. Da, rechts ist er. Ja, es lacht, Mann. Genau. Wo ist er jetzt? Volliut. Wahrscheinlich ist volli Mut. Oh mein Gott, der kleine Wichser, Alter. Oh, BdW, nimm. Der BdW ist mal schlecht geworden. Ja, trotzdem. Das lacht echt übelst. Ja, das war so ein bisschen beschissen, dass es immer die ganze Zeit am Lagen war. Ja, klauen wir den Knochen, keine Wichser. Guck mal, wie er es lacht, Digga. Normal, Digga, normal. Das Ding ist, wir werden noch auch andere Videos sehen, wo es nicht lag, dann werdet ihr sehen, wie krank der Junge ist, der ja. Also wie krank mein kleiner Bruder eigentlich ist. Ahmet ist auch nicht schlecht. Also ich will ihm jetzt nicht schlecht reden oder halt klein reden, ne. Der ist eigentlich auch gut. Also wenn man jetzt ihn mit mir oder so vergleicht, ist er auf jeden Fall gut. Äh, der und ich sind ungefähr auf Call of Duty, ungefähr auf Augenhöhe, sagen wir mal so. Äh, aber halt, man kann sich mit meinem kleinen Bruder halt in der, in der Zeit vor allem nicht vergleichen, Bruder. Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Oh, klar. So ein Opfer. Ich hatte Wasser. Mhm. 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 Ich hoffe, alles mit dem Ton und so. Stimmt. Nicht, dass es wieder Willis kommt. Nein, nein. Großbritannien hier, Alter. Nur weil es gelaggt hat, natürlich. Naja, kann passieren, ne. Natürlich, Alter. Fickt euch. Er macht da eins halt, wenn er es verzieht. Alles klar. Wenn du jetzt gestorben wärst, wärst du so schlecht. Da kommt noch eine. Ja, es lag, Mann. Natürlich sterb ich, Alter. Oh mein Gott, der Kugel ist. Da kommt noch eine. Ich weiß. Oh mein Gott. Läuft auf jeden Fall. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Nicht, aber egal. Digger Bruder, ich bin glaube ich mehr konzentriert als er, Digger. So als würde ich gerade zacken. Ja, der Gegner will einfach nicht down gehen, Alter. Dummes Spiel, Mann. Oh mein Gott, bin ich der King, oder was? Ja, das ist verlaupt. Die Runde ist gleich zu Ende, ich bin auf der Fall. Oh Digger, Double Offs. Der war nice, auf jeden Fall, ne. Dann noch einen, ne. Ich kriege mich zu. Was das macht? Das ist voll. Die Serie kriege ich. Oh, fuck. Da ist noch einer. Pass auf. Schlech. Nein, nein, nein. Schlech. Schlech. Natürlich schlecht, Mann. Pass auf, da kommen wir jetzt. Schlech. Oh mein Gott. Ja, jetzt kriegst du die ganzen Streets, wenn du gut spielst, Alter. Du kannst nicht spielen, aber egal. Ja, Spaß. Jetzt ist er mit dran, glaube ich. Der kann schon spielen. Ich bin ein bisschen erkältet, liebe Freunde. Aber er hat einen komplett anderen Player. Und seine Klassensicht. Ja, dann geh noch nach. Ja, Digger. Das kann ich für. Aber er hat einen komplett anderen Player. Und seine Klassensicht. Ich spiel zwar. Ich spiel auch auf hohe Empfindlichkeit. Aber nur, wenn ich ein paar Runden schon gespielt habe. Oder wenn ich wieder drin bin. Aber nicht von Anfang an, ne. Und ich kann hier voll gut davor ziehen, dass er jetzt auf 4 runter geht. Ja, dann geh noch nach weiter, Alter. Hä? Ich spiel ja halt auf 4 runter. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, ist ja nicht schlimm. Auf 10 Euro, oder was du denn? Nee. Hättest nicht gelackt, hätte ich sie alle auseinandergenommen. Lass, lass einfach, lass. Ich spiel doch mir, die Waffe ist Maschine. Lass. Junge. Lass einfach, Mann. Du hast gleich die Dings da und so. Lass nach links. Oho, verpisst euch auch. Nervig, ne? Ja, Mann. Oh mein Gott, Alter. Lauf, lauf, lauf. Lass. 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 Wenn du dir also spielst,yln. Lass. Also schickerst du das auf. Lass. Die Stgregate. Lass. Lass. mão, ihr habt ihr? ман, bei mir, bei mir. Chill. Öl, sie eth. Das hab ich mich auch schon gedacht. Hä, was war da denn los der hier? Nein! Halt die Schnauze! Oh, mein Lohr ist da mit PDW los, Junge? Nein, du bist einfach nicht mehr. Halt die Schnauze! Ich glaube, wenn es so weitergeht, werden wir alle Waffen in Aktionen sehen in einer Runde. Nein, nein, lauf bei dir. Hinter dir. Halt die Schnauze, ich hab selbst den noch gehabt. Ja, aber du wolltest nicht eine. Okay. Ja, ja, komm, komm. Ich merke jetzt, dass das Bogenkrieg ist. Der Feind hat A eingenommen. Haha, jetzt wird 13. Links Mann, rechts Mann, verzeugt, schieß, schieß, geh weg, geh weg! Oh, Junge, lass mich doch einfach! Was hier? Ja, aber man muss sagen, der provoziert hier ein bisschen, ne? Ja, er hat ihn. Es nervt immer, wenn man Hilfestellungen immer bekommt von jemandem, der einfach nur neben einem sitzt. Statt einfach nur mal die Fresse zu halten. Der Feind hat Bravo! Freck, nein. Frecklich schön. Halt die Schnauze! Ihr lauft doch mal! Oho! Ahmed Hussein heißt er. Weißt du, wenn wir sie anschießen, labbt es, aber wenn du uns anschießen, labbt es nicht. So dumm das spiel ich schon mal. Wir werden besser! Ey, ich versier'n ja richtig, meine Freunde. 29, 13. Also die meisten Tore hat er gefangen, ne? Nicht ich nicht. Mal so, ne? Na los, na los! Das ist echt gut. Ich hab dort der CP rein. Rechts in Decke, rechts in Decke, rechts in Decke! Ja! Oh, Digga, wirst du jetzt gestorben, ne? Ich blümpfe. Ich will dir das yeah! Das ist scheiße, Digga! Ich weiß schon, ob er jetzt49 macht. Wo war so'n Schaflaju traitor? Wieso?! Ich dachte, sowas davon, dass er es gekriegt hat. 2 sogar nicht nur 1 2 wieder einfach rauskam der jahrig kamikaze aktion hat sich nicht gedacht dass er jetzt jemand noch holt mit am rasieren würde ich sagen jetzt nicht gekriegt mit am eskalieren die ganze zeit am chillen und alle auseinander nehmen die wissen doch dass er da ist keiner kommt drauf gerade klar ich dachte dass er die geholt hat mit seiner hier 53 15 ist nicht schlecht das stimmt dass er viele davon hat er spielt das war es jetzt mit dem black ops video wir also wir machen jetzt zwei videos einmal dieses und wo wird die naruto demo spielen das neue also revolution ja wie gesagt naruto und so dragonball und so ist auf jeden fall haben jetzt bereich das werde ich dann werde ich erwarten wir haben zusammengesorgt war es noch ja mal sehen ja also deine kampfstorik 2,05 nicht schlecht was sagst du meine kd mal weil du nicht so gut hast aber 1,48 habe ich gar nicht so schlecht ja gehen wir freunde das war mal eine nächste runde würde ich sagen das hat spaß gemacht darauf zu reagieren auch wenn ich nicht so viel gesagt habe aber naja was sei mal da viel zu sagen oder ich habe das eher mehr genossen vor allem weil es so alt ist videos und nostalgie einfach nur drin ist also man erinnert sich an seine zeit damals an die frühere zeit wie man da gespielt hat sei so man jetzt nicht mal im ansatz gut war ich war wirklich nicht gut in theory und so beziehungsweise ich war mittelmäßig durchschnittlich so aber trotzdem es war schön um sich an die alte zeit zu zeigen damit zu erinnern da würde ich sagen ich hoffe ihr hattet auf jeden fall spaß dabei gehabt und bis zum nächsten mal und ciao